Mensch, das war mal ein Schnäpple. 50% reduziert. Was kann es für einen Schwab-Schöner-Skippe? Geil, es ist halt doch geil. Oh, und was ist denn alles gekommen? Da steht es. V-Audio-Surround mit 20 Watt Ausgangsleistung. Kombituner. Wie kann der mein Auto tunen? Neu, äh, noch was. Ausgewählte Internet-Highlights. Das darf ich aber meiner Frau nicht sagen, sonst darf ich nicht mehr gucken. Und Wifi-Ready? Ich kenn nur Bifi. Da ist doch kein Kühlschrank, wo sollen die da reinpassen? So, Mensch, und doch. 3D-24p-Smooth-Film-Eco-Mode. Huh? Na egal, Hauptsache Bild und Ton sind schee, gell? Jetzt mach ich den mal. Oh, mein Schätzle. Ach du. Sag mal, guck jetzt zum Kühlfenstchen raus. Na sieh, wie du in Jesus Karton in dein Haus rein trickst. Äh, eigentlich hab ich dir ja helfen wollen. Aber du weißt ja, ich hab's der Arzt im Kreuz. Ja, ja, danke fürs Helfen willen. Da guck mal. Ich meine, ihr Flachbild sind sehr. Wie letzter Marsch. Na ja. Oh, so flach. Was geht da überhaupt zur Grenze von Kram rein? Äh, natürlich. Dackel. Komm, wir hocken uns mal nach. Schalten wir nach. Ach, ha ja. Ach, ha ja. Du, sag mal. Guck mal den Obama an. Der sieht ja aus wie der Heino. Was? Oh, das kann nicht sein. Ach, du liebes Bissle. Guck mal na. Ach, guck dir das mal an. Den Eisbär da. Das ist ja schon die Klimaerwärmung. Der ist ja ganz krähe. Ach, das stimmt doch etwas nicht. Ach, das stimmt doch etwas nicht. Saget mal, ihr zwei. Was machen die Wüterhände? Das stimmt doch etwas nicht. Ach, natürlich stimmt doch etwas nicht. Gucket mal das Bild an. Wartet mal, ich habe etwas. Aber in deinem alten Fernsehen, da war das Bild besser. Das sage ich. So, ihr zwei. Jetzt habe ich euch etwas mitgebracht. Gucket mal. Das sind Testbilder von Burosch. Die legt man ganz einfach in den Blu-ray-Player rein. Und da können sogar zwei Sample wie ihr ein Rechtsbild haben. Recht hat sie. Nutzen Sie die volle Qualität Ihres Fernsehers mit Profitestbildern von Burosch. Einfach in der Anwendung und für jedermann verständlich. Als sofort Download oder auf DVD und Blu-ray. Geeignet für sämtliche HD-Fernseher und Projektoren. Und das alles zu ur-schwäbischen Preisen. Das ist jetzt so der Bild. Händest du mir vorher. Sage doch, Schnäpple gemacht. Ja, ja. Jetzt brichst du bloß noch einen rechten Film mit ein paar hübschen Frauen. Den Hanne, den Hanne. Den Hanne. Den Hanne. Dä forgot meine Hübschen an. Däun. Den Hanne. Den Hanne. Den Hanne. Vielen Dank.